Jetzt weiß man, dass da Max Koga noch im Hintergrund wartet. Wäre das ein Kampf, der dich interessieren würde? Auf jeden Fall. Hätte ich richtig Bock und das wäre das Einzige, was Sinn machen würde. Man kann so viel reden, wie man möchte. Im Endeffekt ist man zusammen im Käfig und dann kannst du noch so viel reden, wie du willst, weil da lassen wir andere Sachen sprechen. Hätte man die letzte Aktion weggelassen, dass Ciano überhaupt bei meinem Fake-Norm-Versuch auf meinen Rücken klettert, hätte ich den Kampf gewonnen. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen. Wir sitzen hier im wunderschönen NFT-Dium in Krefeld. Sieben Wochen sind es noch bis NFC 8. Der große Headliner ist ein Titelkampf im Federgewicht zwischen dem neuen Champion Ciano Ehrens und Mert Özilim, der hier neben mir sitzt. Zwei alte Bekannte. Ihr habt vergangenes Jahr schon mal gegeneinander gekämpft. Wir hatten euch gestern, also einen Tag vor diesem Interview schon hier sitzen, am schwarzen Tisch und es war ein etwas anderer schwarzer Tisch. Also da ist diesmal keine Verbalsalve geflogen, sondern das war eine sehr harmonische Nummer, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also die Leute, die mich auch kennen, die wissen, ich bin nicht der Typ für Trashtalk oder sowas. Ich sehe alles sportlich. Ich weiß, dass ich da reingehen werde. Ich habe null Nervosität. Da ist kein bisschen Anspannung dabei. Angst hat da drin sowieso gar nichts verloren. Und ich bin auch immer so der Meinung, so zwei Leute, wenn der eine dem anderen den Kopf wirft, du hast Angst vor mir und sowas. Niemals. Der wird ja nicht reingehen, wenn er Angst vor dir hat. Deswegen, ich brauche da gar nicht anfangen. Das macht für mich auch alles gar keinen Sinn. Ich gehe da rein, ich zeige meine Leistung, meine Hand wird gehoben und alles andere zählt für mich nicht. Okay, also du siehst das Ganze sehr, sehr rational. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir haben hier gestern auch einen Trailer gedreht für die Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, ob der schon veröffentlicht ist, wenn dieses Interview hier rauskommt. Aber falls ja, dann wisst ihr gleich, was ich meine. Falls nicht. A, du bist ein schauspielerisches Naturtalent, das muss man sagen. B, du kannst auch aggro. Ja, du kannst auch rumbrüllen, du kannst mal ausrasten. Was braucht es, damit Mert Özilde dem Mausflip mal an die Decke geht? Dazu brauchst du ehrlich gesagt richtig viel. Also bei uns zum Beispiel mache ich auch das Kindertraining. Und bei Kindertraining sind die vier- bis sechsjährigen. Und wirklich alle Elternteile, die mal kommen, sagen, hey, du hast so einen langen Geduldsfaden. Wie machst du das, wenn da alle herumschreien und keiner macht das, was du sagst? Und irgendwie kriegst du es trotzdem geregelt. Also es braucht richtig, richtig viel. Ich weiß nur, dass ich, aber wenn ich im Käfig bin, dann macht es einfach Klick. Und ich bin da nicht aggro oder sowas, sondern ich will meinen Gegner halt besiegen. Es geht mir auch nicht darum, irgendwie ihm weh zu tun oder sowas. Das ist halt das, was ich machen muss, damit ich zu meinem Schluss komme. Aber ich will ihn einfach nur besiegen. Und dazu mache ich alles, was einfach nötig ist. Aber mit was kann man dich aus der Reserve locken? Weil Jano hat das gestern ehrlicherweise auch mal versucht. Man muss dazu sagen, Jano ist ja selber ein netter Typ. Aber der wusste auch, okay, schwarzer Tisch, der kam hier vorbereitet an. Und der hat sich so ein, zwei Sprüche, glaube ich, zurechtgelegt, wo er schon versucht hat, so ein bisschen in deine Richtung zu schießen. Aber das ist dann ja abgeprallt, so wie beim Teflon Don. Wie lockt man dich aus der Reserve, wenn es nicht mit Trashtoff funktioniert? Ich glaube, jetzt ehrlich gesagt, in dem Sport gar nicht. Weil man kann so viel reden, wie man möchte. Im Endeffekt ist man zusammen im Käfig und dann kannst du noch so viel reden, wie du willst. Weil da lassen wir andere Sachen sprechen. Und deswegen gar nicht. Ich sage mir dann, wenn mich irgendjemand versucht oder beleidigt, dann sage ich, hey, warte noch ab auf den Tag. Und da wird sich dann eh alles entscheiden, ob deine Beleidigungen sich jetzt ausgezahlt haben oder nicht ausgezahlt haben. Und da brauche ich nicht irgendwie zurückschießen oder auch irgendwie mir das einreden, dass mich irgendwas verletzt hätte oder sowas. Gar nicht. Okay, also im Käfig werden dann quasi Tatsachen geschaffen. Tatsachen, genau. Bei euch allerdings nicht beim ersten Mal. Denn es gab zwar einen einstimmigen Punktsieg im Nachgang. Janu hat das Ding damals gewonnen. Gab allerdings nicht wenige, die gesagt haben, naja, ich hatte eher den Mert vorne. Inklusive mir, muss ich sagen. Wir haben seitdem ja einige Male auch gesprochen. Und ich habe das auch mehrfach vor der Kamera schon gesagt. Jetzt muss ich sagen, ich habe mir den Kampf in der Vorbereitung auf diese Interviews und auch auf den Event, wir produzieren ja Material, noch ein paar Mal angeschaut. Ich kann jetzt sehen, wie die Punktrichter drauf gekommen sind, dass sie es vielleicht auch Janu gegeben haben. Also im Nachgang fand ich es jetzt deutlich knapper als beim Kommentieren. Ich kann aber immer noch auch verstehen, dass man den dir gibt. Also es war ein super enges Ding. Was glaubst du, hättest du mehr machen müssen, um die Punktrichter von dir zu überzeugen? Warum haben die das gesehen, dass es Janu war? Ich würde schon fast sagen, wenn man es jetzt ganz, ganz minimal nimmt, hätte man die letzte Aktion weggelassen, dass Janu überhaupt bei meinem Take-Down-Versuch auf meinen Rücken klettert, hätte ich den Kampf gewonnen. Würde man jetzt aber einfach, ich hätte mehr einfach mich nicht wegdrücken lassen. Das war irgendwie, im Stand hatte ich nicht das Gefühl, dass er jetzt gefährlich, gefährlich war. Und dann war für mich noch zu dieser Zeit so, dass ich mich selber immer beweisen wollte. Es war für mich immer, ich bin nicht nur Grappler, ich kann auch striken. Und vielleicht habe ich mit dieser Mentalität einfach mir gesagt, komm, er wehrt sich auch extrem, er steht auch gut auf, lass ihn aufstehen. Scheiß drauf, du strikst mit ihm weiter und du wirst ihn auch treffen, du wirst ihm auch wehtun. Diese Einstellung war vielleicht zu dem Zeitpunkt vielleicht falsch. Vielleicht ums Verrecken sagen, nee, der bleibt jetzt auf dem Boden, weil hier kann ich ihn richtig gut kontrollieren und hier kriegt er seine Schläge ab. Das wäre vielleicht eine bessere Idee gewesen an dem Tag. Was mich persönlich ein bisschen überrascht hat in dem Kampf war, dass du sehr, sehr viel mit ihm gestrikt hast, einerseits. Also auch freiwillig gefühlt, denn du hast ja zwei Take-Downs geholt, glaube ich mindestens zwei, also zwei auf jeden Fall. Hättest also das auch runterverlagern können, ihm das geschehen, aber du bist da freiwillig stehen geblieben und sahst da stellenweise auch sehr, sehr gut aus. Das muss man sagen. Trotz Reichweiten-Nachteil, deutlichen Reichweiten-Nachteil und trotz der Tatsache, dass, und da sage ich ja, glaube ich, kein Geheimnis, die meisten dich eher als starken Ringer kennen, auch wenn du ein guter Allrounder natürlich bist, aber das Ring ist eine große Stärke für dich. Und Giano natürlich ganz klar ein hervorragendes Striker ist. Würdest du das nochmal so machen? Ich würde es auf jeden Fall nochmal so machen. Und ich bin auch viel, viel besser geworden und ich weiß auch, dass ich jeden Tag viel, viel besser werde, weil ich jeden Tag bereit bin, Arbeit hineinzustecken und was Leute irgendwie in ein, zwei Jahren lernen, das versuche ich so oft zu trainieren, dass ich das halt innerhalb von vier, fünf Monaten lerne. Und genau das mache ich jeden Tag. Und ich würde sagen, dass ich viel, viel besser geworden bin, dass ich beim letzten Kampf schon an sich schon immer meine Deckung anschaut, meine Might-Bewegung, meine Präsenz an sich, wie ich drücke. Es ist einfach so alles nur durch Physis. Alles ist einfach nur da und ein hartes Kinn, der dann halt ein bisschen Schläge abblocken kann, aber nichts, was irgendwie von Verständnis zeigt. Und deswegen ist es auch, also ich sage mir immer selber, es gibt nichts, was der Mensch nicht schaffen kann. Und das will ich mir selber auch jedes Mal beweisen, weil ich diese Einstellung auch so vertrete. Und für mich war zu dem Zeitpunkt auch, hey, du kannst striken und du kannst einer der besten Striker werden, auch wenn du einer der besten Ringer warst. Es ist scheißegal, die Genetik gibt dir nichts vor. Du kannst selber entscheiden, was du machen willst und wie gut du darin wirst. Und das wollte ich mir mit dem Kampf beweisen. Ich habe es mir einerseits bewiesen, weil ich mit einem der Top-Striker mitstriken konnte, aber ich werde diesmal das noch besser beweisen. Also diesmal werde ich nicht einfach nur mitstriken, sondern ich werde versuchen, auszustriken. Shit, du bist ja ein richtiger Motivations-Coach. Jetzt habe ich gleich richtig Bock bekommen. Nein, aber du hast natürlich vollkommen recht und das ist ja im Prinzip auch die Einstellung, die ein Kämpfer immer besser macht und irgendwann an die Spitze bringt. Und jeder weiß, du bist ein absoluter Trainingsweltmeister. Das kann dir niemand absprechen. Und du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, auch am schwarzen Tisch, dass du dein Striking systematisiert hast. Du hast diese Geschichte erzählt, als du im All-Stars in Schweden warst und der Coach hat meinte, naja, also... Einen Sparring hat es nur gebraucht. Du hast ehrlich, gute Reaktionen, gute Schläge, alles sieht technisch schön aus, aber du hast keine Ahnung, was du machst. Das ist einfach nur Chaos. Du schlägst mit und reagierst halt. Was hast du seitdem getan, um das zu ändern? Und weil jedes Mal, wenn ich mit dir ein Interview führe und ein Kampf steht, dann sagst du, du siehst einen neuen Mert, ein Mert 2.0. Das ist jetzt wahrscheinlich schon ein Mert 4.0. Und das stimmt tatsächlich. Man sieht auch immer wieder ein Update. Genau, man sieht eine Entwicklung. Wie sieht der Mert 4, 5, 6.0 jetzt aus? Der weiß auf jeden Fall, was er im Stand macht. Wir hatten es gestern mit einem Kollegen, also mit Emilio, der auch übrigens auf der Fightcard kämpfen wird. Und der kommt auch noch. Ja, auf jeden Fall, es gibt... Also für mich war Grappling immer so, am Anfang, du hast keinerlei Verständnis. Du weißt gar nicht, was du machst. Du machst einfach mit. Irgendwann fängst du an, du lernst eine Technik, den Armbar. Du versuchst es im Kampf oder im Grappling und es gelingt dir halt nur schwierig. Du weißt genau, was du machen musst, aber es klappt noch nicht so gut. Und dann irgendwann bist du richtig gut darin und du siehst den Armbar, du arbeitest daraufhin und es gelingt dir auch. Genau, das ist so dieser Werdigang. Und dasselbe war beim Striking. Nur muss ich sagen, sogar bis zu dem ersten Kampf, was wir hatten, ich habe alle Aspekte, Kraft, Schnelligkeit, Ausweichen oder diese Reaktionsfähigkeit, alles trainieren können. Nur ich hatte gar nicht, dass es sowas gibt, wie dass man sich ein Armbar zurechtlegt, nur jetzt im Striking gesehen. Sowas wusste ich gar nicht. Für mich war es, wir stehen voreinander, ich versuche so schnell wie möglich zu sein, dich zu treffen und du versuchst so schnell wie möglich zu sein, mich zu treffen und ich versuche so schnell wie möglich auszuweichen. Du hast so eher reagiert. Genau, das war für mich ein Verständnis vom Striking. Es gibt da nicht mehr. Da gibt es nichts zu überdenken. Man kann sich nicht zurechtlegen oder irgendwie sowas. Und jetzt habe ich einen neuen Boxcoach und über Coaches haben wir auch geredet. Es gibt den Coach, der dir einfach die Technik zeigt, sagt, hier, du schlägst so. Dann gibt es den Coach, der dir die Technik zeigt und dir die Details zeigt und sagt, du reagierst so und so. Und dann gibt es noch den Coach, der dir beides zeigt und das noch mit Metaphern untermauert, so wie es John Dennerheimer macht. Irgendeine Metapher dazu, stell dir vor, du bist hier und da und machst den und den. Und auf einmal wird aus dieser Technik ein Gefühl. Und genau so arbeite ich mit meinem neuen Boxcoach. Und es macht auf einmal alles, es ist wie so, als ob dir ein Licht aufgeht jedes Mal. Es macht alles Sinn, es fühlt sich alles auch irgendwie wie beim Grappling auf einmal an. Und deswegen bin ich einfach so zuversichtlich, dass ich das auch im Striken gut machen werde. Es ist total lustig, weil du, bevor die Kameras an waren, gesagt hast, Mensch, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin in Interviews irgendwie zu ruhig und soll ich da mal erzählen? Aber sobald das Thema auf Trainingsmethodik oder generell den Sport an sich kommt, redest du wie ein Wasserfall. Also das ist, ja, man merkt schon, das ist auf jeden Fall deine Leidenschaft. Jetzt ist natürlich der Traum eines jeden Kämpfers, irgendwann mal UFC, irgendwann mal generell irgendwie davon auch leben. Und ich weiß, du arbeitest im Gym und du ordnest alles dieser Sache unter. Du studierst natürlich auch noch, ganz klar, auch fleißig jeden Tag, wie sich das gehört. Immer. Selbstverständlich. Aber du würdest diesem Sport doch bestimmt auch treu bleiben, wenn das mit der Karriere nicht klappt, oder was? Immer. Immer auf jeden Fall. Das ist einfach eine Riesenleidenschaft, wenn es selber nicht klappt, aber es wird klappen. Weil ich bin auch der festen Überzeugung, solange man bereit ist, jeden Tag zu bluten, Arbeit reinzustecken, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann es klappt. Und das erkläre ich auch immer so, dass ich sage, hey, sowas wie Talent, finde ich, gibt es nicht. Es gibt nur Aufnahmefähigkeit. Und der eine Mensch hat dann leider eine langsame Aufnahmefähigkeit, sodass er zum Beispiel zu einem UFC-Star drei Leben brauchen würde, theoretisch, dass einer werden würde. Aber er würde einer werden, wenn er bereit wäre, dafür tagtäglich zu arbeiten. Und der andere hat eine schnelle Aufnahmefähigkeit, wenn er bereit ist, die Arbeit, der schafft es in einem Leben, das zu schaffen. Und es gibt halt solche Menschen, es gibt solche Menschen. Ich kategorisiere mich in diese zweite Klasse. Ich kann das schnell lernen. Ich weiß, dass ich es kann. Und ich bin auch noch bereit, die Arbeit reinzustecken. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit. Dieser Kampf am 2.4. gegen Januar Ernst, der hat natürlich auf deinem Pfad, auf deinem Karrierepfad, auch eine sehr, sehr wichtige Bedeutung, das muss man sagen. Die letzten Kämpfe liefen nicht wie geplant, auch wenn du sie knapp verloren hast. Und jetzt steht hier ein Titel auf dem Spiel, in Deutschlands größter Veranstaltungsreihe. Erhöht es den Druck? Gar nicht. Dadurch, dass ich sogar schon weiß, wie sich Janu im Kampf anfühlt, wie er sich bewegt, wie alles damals war, ist es wie, da ist keinerlei Druck da. Das wäre, als ob ich mich zum Sparring treffen würde. Und ich sage ehrlich, das ist, glaube ich, fast bei jedem Wettkämpfer so. Natürlich, dieser Druck sorgt nochmal dafür, dass man nochmal mehr Power generiert, mehr Energie hat. Aber im Sparring bin ich deutlich, deutlich besser als im Ring. Im Ring würde ich halt sagen, dafür bin ich stärker dort. So, vielleicht ein bisschen vorsichtiger und alles. So, aber im Sparring, durch diese Lockerheit bin ich viel, viel besser. Und es fühlt sich jetzt bei diesem Kampf echt an wie Sparring. Das wird so, ich gehe da hin und ich kann einfach das machen, was ich möchte, was ich auch kann, was ich tagtäglich auf der Matte zeige. Und deswegen glaube ich, dass es sogar noch besser wird diesmal. Glaubst du, dass du denselben Jano vor dir haben wirst? Wir haben jetzt über die Updates von Mert gesprochen. Gab es auch Updates bei Jano Ernst? Also ich habe ihm gestern auch zugehört, wo er seine Geschichte so ein bisschen erzählt hat, wie er zu dem Sport gekommen ist und was und wie. Und ich habe da einfach so viele Gemeinsamkeiten mit mir. Also das war schon fast wie, hey, der ist eigentlich fast so wie ich. Er hat euch gut verstanden, das Gefühl. Ja, wirklich. So, wo er dann erzählt hat, wie... Könnt ihr mal zusammen in den Urlaub fahren dann? Wer weiß, vielleicht hinterher. Nein, aber nein, also wo er erzählt hat, das war wirklich... Ich habe mir die Geschichte angehört auch. Du hast ihn davor gefragt, wie er denn zu dem Sport gekommen ist und was. Und dann war für mich so, hey, das sind so viele Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, der ist vom Kopftyp her genauso wie ich. Also ich werde ihn auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich bin mir sicher, er hat genauso einen Sprung gemacht wie ich auch. Und deswegen können sich die Fans auf einen richtig geilen, technisch hoch angesetzten Kampf freuen. Er hat gesagt, dass er am schwarzen Tisch gestern, als du auch mit dabei warst, hat er gesagt, er hat den ersten Kampf gegen dich ein bisschen vorsichtiger gestaltet, denn er hat eine Zeit lang keine Kämpfe bekommen. Das war sein Debüt bei NFC und er wollte einfach jetzt irgendwie einen Fuß in die Tür bekommen und brauchte einen Sieg und wollte sich einfach irgendwie auch international beweisen. Und hat aber auch gesagt, dass er im nächsten Kampf dann ein bisschen mehr aufs Tempo gedrückt hat, einen Gang höher geschalten hat. Ich finde, man hat das gesehen gegen Max. Er ist relativ schnell reingegangen, relativ schnell auch Risiko gegangen. Diesen Aufwärtshaken zu schlagen, ist ja nicht ohne Risiko. Und das hat sich ausgezahlt für ihn. Glaubst du, dass du ein bisschen auf der Hut sein musst? Er hat auch bei dir direkt am Anfang Aufwärtshaken geschlagen, der ist aber nicht ganz getroffen. Glaubst du, du musst noch ein bisschen vorsichtiger sein? Also das Ding war, das hat mir dort gezeigt beim Kampf, er hat diesen Aufwärtshaken ja nicht nur einmal geschlagen, er will ihn ja immer wieder schlagen auch. Bloß, dass er mich in den ersten 30 Sekunden damit erwischt hat, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, war für mich sofort, okay, da musst du drauf aufpassen. Und den ganzen Kampf über habe ich keinen Aufwärtshaken mehr oder irgendwie sowas vom Schlag bekommen. Also ich glaube, wenn ich weiß, dass so etwas kommen kann, kann ich sehr gut mich darauf einstellen und das umsetzen im Kampf. Deswegen weiß ich, dass er mich mit sowas wie einem Aufwärtshaken nicht abfangen wird. Ich weiß schon, was da kommt. Und dann diese Offensivität, ich würde fast sagen, für mich als Ringer, Ringer ist es ja viel besser, wenn einer mal ein bisschen auch nach vorne kommt. Bei Giano war jetzt gleichzeitig auch der Vorteil, dass er sehr oft rückwärts gegangen ist, aber es wird ja auch viel, viel einfacher zu shooten, wenn einer mal ein bisschen auch attackiert und aggressiv nach vorne kommt, zu clinchen, zu shooten, ist ein bisschen angenehm. Man kann niemals sagen, dass einer sagt, ich werde jetzt aggressiver, dann siehst du, was passiert. Dadurch ändert sich ja mein ganzer Gameplan und ich kann was ganz anderes machen. Und es kann dann sein, dass die Karten ganz neu gemischt werden und das ganz Neues daraus entsteht. Wie würdest du den Titelgewinn feiern? Mit meinen Jungs einfach oben auf dem Hotelzimmer im Maritim. Einfach den Abend ausklingen lassen. So würde ich ihn feiern. Früher war das noch so, vor Jahren, wenn ich dann irgendwie einen Kampf gewonnen habe, habe ich dann gesagt, erst mal einen Monat lang mache ich gar nichts. Das ist es mittlerweile gar nicht mehr so. Nach jedem Kampf, den ich gemacht habe, war ich direkt am Montag wieder, sofern nichts oder auch so, am Montag wieder im Gym und habe wieder das gemacht, was ich machen konnte, weil ich es einfach liebe. Ich liebe es einfach, jeden Tag zu trainieren, jeden Tag früh aufzustehen, zu bluten, die Jungs bei ihrer Entwicklung zu verfolgen, mich selber bei meiner Entwicklung zu verfolgen. Das ist einfach geil. Jetzt weiß man, dass da Max Koga noch im Hintergrund wartet, der natürlich voll Bock hätte auf den Rückkampf gegen Janu Ernst, einfach weil er diese K.O.-Niederlage ausbügeln möchte, der aber dann erstmal in die Röhre gucken würde, wenn du den Kampf gewinnen würdest. Ich weiß gar nicht, ob ihm dann ein Titelkampf lieber wäre oder trotzdem ein Rückkampf gegen Janu. Das liegt wahrscheinlich eher an Max. Aber gesetzt im Fall, er würde sagen, ich kämpfe lieber um den Titel. Wäre das ein Kampf, der dich interessieren würde? Auf jeden Fall. Hätte ich richtig Bock und das wäre das Einzige, was Sinn machen würde. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwelche Wogen glätten muss und dann vorher mit Janu noch kämpfen will oder ob er direkt gegen mich kämpfen würde, aber ich wäre sofort bereit. Und ich habe richtig Bock auf den Kampf. Okay, klare Ansage. Und grundsätzlich muss man ja sagen, dass das Federgewicht eine super spannende Gewichtsklasse ist bei NFC. Gibt es ein paar Namen, die du auf dem Schirm hast? Was glaubst du, was könnte da in Zukunft noch anstehen? Also wer da noch richtig gut mitmischt, jetzt mit seiner letzten Performance, fand ich Jan Aslaner, war richtig gut. Habe gegen ihn schon gekämpft, das ist schon einige Jährchen her. Wer auch richtig gut performt hat, fand ich Islam. Also Kadima Gomay, fand ich auch richtig gut. Und das sind alles so Matchups, wo ich mich in Zukunft dann drauf freue, wenn wir die mal machen. Das wäre natürlich auch ein Brecher gegen Kadima Gomay. Und der hat ja auch Schwierigkeiten, Gegner zu finden. Also das wäre natürlich auch ein Matchup, wo man sagt... Ich hätte auch richtig, richtig Bock drauf. Auch ein würdiger Titelkampf, ne? Das wäre auch mega, ja. Also es bleibt spannend bei NFC, nicht nur in der Federgewichtsklasse, sondern natürlich insgesamt in der Organisation. Am 2. April gibt es NFC 8 mit dem Titelkampf zwischen dem Herausforderer Mert Isildedim und dem frischgebackenen Champion Janu Ernst. Vieles, vieles mehr ist dort noch geboten. Es gibt eine Reihe hochkarätiger Duelle. Holt euch Tickets unter fighting.de slash tickets oder schaut euch das Ganze live an. Bei Fighting auf YouTube. Das war es von uns, beziehungsweise von mir. Du darfst noch ein paar letzte Worte in die Kamera richten, wenn du das gerne möchtest. Ja, Grüße gehen eigentlich raus nur an meine ganze Crew, an das ganze Planet Isar-Team und an meinen neuen Boxcoach Arthur Herrmann. Wir arbeiten jeden Tag wirklich richtig, richtig hart und ich weiß wirklich zu schätzen, dass ich jeden Tag mit dir an mir arbeiten kann. Dankeschön und bleib dran. Die Trainer werden viel zu selten gewürdigt. Also in diesem Sinne, bleib gesund. Also in diesem Sinne, bleib wohl ein bisschen , Och hier darüber diskutieren. Bis zum nächsten Mal.